Giuseppe Gräser war ein italienischer Fußballspieler. Als Teil der berühmten Mannschaft des Grande Torino gewann er fünf italienische Meistertitel und brachte es auch auf acht Länderspiele für sein Heimatland. Karriere Giuseppe Gräser wurde am 25. November 1918 in der norditalienischen Stadt Triest, damals gerade neu zu Italien gefallen, geboren. Das Fußballspielen lernte er beim dort ansässigen Club US Triestina, wo er zunächst die Jugendabteilung besuchte und schließlich 1938 mit 20 Jahren Aufnahme in die erste Mannschaft des Vereins fand. Triestina war damals ein beständiger Erstligist, so dass Giuseppe Gräser schon von Beginn seiner Karriere an auf dem höchsten Level des italienischen Vereinsfußballs agierte. Er spielte von 1938 bis 1942 für die US Triestina und machte in dieser Zeit insgesamt 83 Ligaspiele mit 15 Torerfolgen für seinen Arbeitgeber. Beste Platzierung war dabei Platz 6 in der Serie A 1937-38 Still. Im Sommer 1942 wurde Giuseppe Gräser vom AC Turin unter Vertrag genommen. Der damals unter Präsident Faucianovo eine der besten Mannschaften in der Geschichte des italienischen Fußballs formte. Mit Spielern wie Valentino Masola, Ezio Leuc oder Romeo Menti dominierte der Verein die 40er Jahre des Calcico. In der Saison 1942-43. Giuseppe Gräsers erster Spielzeit im Stadio Philadelphia wurde der erste Meistertitel dieser Erfolgsphase erreicht. In der Serie A wurde der erste Platz mit einem Vorsprung von einem Punkt vor dem Überraschungsteam von der US Live-Uno belegt. Da nach der Saison die Meisterschaft kriegsbedingt zwei Jahre pausierte, musste auch die erfolgreiche Mannschaft des Grande Torino eine Pause einlegen. In dieser Pause kickte Giuseppe Gräser 1944 für ein Jahr bei Ampelikonsa Vifici im heutigen Slowenien, damals aber zu Italien gehörend. In der Finalrunde sicherte man sich Platz 1 einen Zähler vor Lokalrivale Juventus. Den dritten italienischen Meistertitel in Serie holte die große Mannschaft des AC Turin in der Saison 1946-47 still, als man die Saison als erster mit zehn Punkten erneut vor Juventus beendete. Damit hatte Turin nur schon drei Meistertitel hintereinander gelandet, doch in der Folgesaison kam gleich Nummer 4 dazu. Erneut wurde man erster, diesmal mit einem Vorsprung von unglaublichen 16 Punkten gegenüber dem zweitplatzierten AC Mailand. Der Turnierangriff stellte zudem mit 125 Toren in einer Saison einen neuen und bis heute nicht ansatzweise überbotenen Rekord auf. Genau so dominant spielte Torino auch die Saison 1948-49 still und sicherte sich Ende April durch ein Remi beim Asbari den fünften Meistertitel in Folge. Danach vereinbarte Vereinspräsident Nouveau ein Freundschaftsspiel in Lissabon. Auf dem Rückflug krachte das Flugzeug des Typs Fiat G gegen den Berg Superga nahe Turin. Den Flugzeugabsturz von Superga überlebte keiner der Insassen, die große Zeit des Grande Torino war damit mit einem Schlag vorbei. Auch Giuseppe Gräser befand sich unter den Opfern des Unglücks, der Mittelfeldspieler wurde 30 Jahre alt. Fast zwei Jahrzehnte nach dem Tod von Giuseppe Gräser benannte Triest sein größtes städtisches Stadion, das Stadio Kommunale. Unter anderem Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft 1934 und Heimstätte der US-Tristina um ins Stadio Giuseppe Gräser. Der Verein nutzte es bis 1992 als Heimstadion, ehe man in das größere und modernere Stadion Nereo Rocco umzog. Heute wird das Stadio Giuseppe Gräser noch von einem lokalen Triester-Club genutzt. Erfolge Italienische Meisterschaft Fünfmal 1942-43, 1945-46, 1946-47, 1947-48 und 1948-49 mit dem AC Turin italienischer Pokalsieg. Einsmal Möten 7icating 4 5 9 10 30 19 20